Hallo, nimm einmal an, du hast eine faire Münze und du machst mit ihr vier Würfe. Die Frage ist jetzt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bei diesen vier Würfen genau einmal Kopf bekommst? Die Wahrscheinlichkeit, einmal, genau einmal, also auf das genau kommt es eigentlich an, genau, genau einmal Kopf in vier Würfen. Wie groß ist diese Wahrscheinlichkeit? Nun, wenn du vier Würfe machst, ganz allgemein, und es handelt sich um eine faire Münze, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ergebnis bei jedem Wurf gerade ein Halb. Das heißt, egal was du für eine Kombination vorgibst, du kannst jetzt hier irgendeine Kombination vorgeben, zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit von Zahl, Kopf, Kopf, Kopf zum Beispiel, die Wahrscheinlichkeit von dieser Kombination ist dann gerade ein Halb, mal ein Halb, mal ein Halb, mal ein Halb. Jedes Ergebnis ist ja gleich wahrscheinlich bei einer faire Münze. Und das gibt dir dann hier, das ist gerade ein Sechzehntel, also eine bestimmte Viererkombination hat die Wahrscheinlichkeit ein Sechzehntel. Und jetzt genau einmal Kopf zu haben in vier Würfen, da gibt es jetzt nicht nur eine Kombination, sondern da gibt es ja mehrere Kombinationen. Jetzt zum Beispiel die Kombination, dass du Kopf, Zahl, 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 das wäre eine dieser möglichen Kombinationen, die dir genau einmal Kopf liefert. Oder die Kombination Zahl, Kopf, Zahl, Zahl, das ist eine andere mögliche Kombination, die dir genau einmal Kopf liefert. Und die Wahrscheinlichkeiten jeder dieser Kombinationen kannst du ja dann einfach zusammenzählen. Also die Wahrscheinlichkeit für genau einmal Kopf in vier Würfen, die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis hier, ist eben gerade die Wahrscheinlichkeit dieses einen Ergebnisses, was dir Kopf liefert, plus die Wahrscheinlichkeit dieses Ergebnisses, dass hier Zahl, Kopf, Zahl, Zahl rauskommt, plus die Wahrscheinlichkeit, dass hier Zahl, Zahl, Kopf, Zahl herauskommt, das ist ja auch einmal Kopf, plus, da fehlt noch eins, plus die Wahrscheinlichkeit, dass da Zahl, 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 Kopf rauskommt. Alle diese vier Ergebnisse füllen ja die Bedingungen, dass genau einmal Kopf hier herauskommt. Und du kannst diese Wahrscheinlichkeiten addieren, denn jedes, diese Ergebnisse hier, die schließen ja einander aus. Es kann ja nicht gleichzeitig hier dieses Ergebnis eintreten und dieses Ergebnis, sondern die sind exklusiv, deshalb kannst du die Wahrscheinlichkeiten auch einfach addieren. Und wie groß die Wahrscheinlichkeiten sind, das haben wir uns hier oben ja schon ausgerechnet. Jede dieser Wahrscheinlichkeiten beträgt ja gerade ein Sechzehntel. Also das hier hat die Wahrscheinlichkeit ein Sechzehntel, das hier hat die Wahrscheinlichkeit ein Sechzehntel. Das ist ja nur eine ganz bestimmte Kombination aus diesen vier Münzwürfen. Und hier diese Wahrscheinlichkeit beträgt eben auch ein Sechzehntel. Das heißt, du hast ein Sechzehntel plus ein Sechzehntel plus ein Sechzehntel plus ein Sechzehntel. Das sind dann vier Sechzehntel oder auch ein Viertel. Also die Wahrscheinlichkeit, genau einmal Kopf in vier Würfen zu haben, beträgt gerade ein Viertel. Gehen wir einen Schritt weiter. Wie groß wäre denn dann die Wahrscheinlichkeit, genau zweimal Kopf zu haben in vier Würfen? Genau, zweimal Kopf in vier Würfen. Ja, das könnte man auch wieder so als Summe von möglichen Ereignissen schreiben, nur wird es anwendig ein bisschen unübersichtlich. Deshalb habe ich mal oben so eine kleine Tabelle gemacht. Da können wir einfach mal nachschauen, wie viele Ereignisse gibt es denn, wo zweimal Kopf drin ist. Hier ist die Tabelle. Diese Tabelle zeigt alle möglichen Ergebnisse von vier Münzwürfen. Und wir müssen uns eigentlich nur die rauspicken, wo zweimal Kopf vorkommt. Hier habe ich in der Tabelle, das sind jetzt die ganzen Ergebnisse, wo dreimal Kopf drin vorkommt. Hier sind die Ergebnisse, wo einmal Kopf drin vorkommt. Hier habe ich viermal Zahl, viermal Kopf. Hier, hier ist der Teil, hier ist zum Beispiel zum ersten Mal ein Ergebnis, wo ich wirklich zweimal Kopf drin habe. Also das wäre so ein Ergebnis, was wir mitzählen müssen. Hier habe ich noch so ein Ergebnis. Und ja, da ist auch zweimal Kopf, da ist auch zweimal Kopf, da ist auch zweimal Kopf, da ist auch zweimal Kopf. Da ist auch zweimal Kopf. Also alle diese vier Ergebnisse in der letzten Reihe, die enthalten auch jeweils zweimal Kopf. Die müssen wir alle mitzählen. Das heißt, in Summe haben wir also sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Ergebnisse, bei denen zweimal Kopf vorkommt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, genau zweimal Kopf in vier Würfen zu haben, wäre dann eben sechs Sechzehntel. Jedes dieser Ergebnisse hat die Wahrscheinlichkeit ein Sechzehntel. Also sechs mal ein Sechzehntel oder drei Achtel. Drei Achtel würde die Wahrscheinlichkeit betragen. Jetzt habe ich ja dazu wieder diese Tabelle benutzt und es wird ja immer aufwendiger, diese Tabellen hinzuschreiben, je mehr Würfe es gibt. Stell dir mal vor, du solltest das für zehn Würfe machen. Da würdest du ja hier tagelang Tabellen schreiben. Also so kann es nicht gehen. Da muss es doch eine einfache Methode geben. Und genau diese Methode haben wir ja mit der Berechnung der Permutationen und Kombinationen kennengelernt. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wie wende ich jetzt diese Permutationen und Kombinationen, wie wende ich das jetzt an, um diese Wahrscheinlichkeit hier zu berechnen. Und zwar kann ich das so machen, dass ich wieder sage, okay, ich habe ja vier Würfe. Also hier wäre der erste Wurf, hier wäre der zweite Wurf, hier wäre der dritte Wurf und hier ist der vierte Wurf. Ja, und jetzt will ich zwei Köpfe haben. Und den einen Kopf, den nenne ich mal hier den Kopf A und den anderen Kopf, den nenne ich den Kopf B. Okay, das mache ich jetzt nur hier zur Unterscheidung. Das heißt nicht, dass der eine Kopf vor dem anderen kommt oder so, sondern ich sage nur, ich will zwei Köpfe haben und die nenne ich halt so, damit ich sie unterscheiden kann. Und dieser eine Kopf A, der kann jetzt im ersten Wurf kommen oder im zweiten Wurf oder im dritten Wurf oder im vierten Wurf. Das heißt, da gibt es vier Möglichkeiten. Im Kopf A habe ich vier Möglichkeiten, wann der kommen könnte. Vier Möglichkeiten, kannst du nochmal aufschreiben, wenn es ganz klar ist. Also vier Möglichkeiten im Wurf, eins, zwei, drei oder vier. Und der Kopf B, der hat dann nicht mehr vier Möglichkeiten, denn in einem dieser Würfe ist ja der Kopf A schon gekommen. Das heißt, der hat dann nur noch drei Möglichkeiten. Da gibt es nur noch drei Möglichkeiten. Kann ich jetzt nicht sagen, in welchen Würfen das war, denn das hängt ja davon ab, in welchem Wurf der Kopf A gekommen ist. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es dann nur noch drei Möglichkeiten gibt, weil in dem einen Wurf war ja der Kopf A schon dran. Das heißt, insgesamt habe ich zwölf Möglichkeiten, also vier mal drei, zwölf Möglichkeiten für die Kombination aus Kopf A und Kopf B. Da könnte ich mir jetzt nochmal aufschreiben, welche Möglichkeiten ich da jetzt meine. Ich meine die Möglichkeit, dass zum Beispiel der Kopf A im ersten Wurf kommt und der Kopf B im zweiten Wurf. Oder, dass der Kopf A im ersten Wurf kommt und der Kopf B im dritten Wurf oder im ersten und im vierten Wurf. Dann gilt aber auch das Umgekehrte. Also es kann auch sein, dass der Kopf A im zweiten Wurf kommt und der Kopf B im ersten Wurf. Wir haben ja gesagt, das sind ja nur Namen, das hat ja nichts mit der Reihenfolge zu tun. Auch diese Kombination ist möglich und auch diese hier, dass der Kopf A im vierten Wurf kommt und der Kopf B im ersten Wurf. Es kann aber auch sein, dass jetzt Kopf A im zweiten Wurf kommt und Kopf B im dritten und die umgekehrte Kombination. Oder, dass der Kopf A im zweiten Wurf kommt und Kopf B im vierten oder die umgekehrte Kombination. Oder, dass Kopf A im dritten Wurf kommt und Kopf B im vierten oder die umgekehrte Kombination. Also das hier sind vier, ja vier mal drei, zwölf Möglichkeiten. Das hier sind meine zwölf Möglichkeiten und die sagen immer, wann kommt Kopf A, wann kommt Kopf B, in welchem Wurf kommt Kopf A, in welchem Wurf kommt der Kopf B. Diese Möglichkeiten gibt es. Nun möchte ich aber nicht alle diese zwölf Möglichkeiten unterscheiden. Denn mir ist es ja egal, ob jetzt der Kopf A im ersten und der Kopf B im zweiten oder der Kopf A im zweiten und der Kopf B im ersten Wurf kommt. Das ist ja für mich dasselbe. Das heißt ja nur, dass im ersten und im zweiten Wurf Kopf kommt. Und diese Kombination heißt nur, dass im ersten und im dritten Wurf Kopf kommt. Und hier, da steht ja nur, dass im ersten und im vierten Kopf kommt. Das heißt, nur diese Blöcke interessieren mich. Und wie ich sehe, habe ich hier sechs Blöcke. Und wenn du dich erinnerst, diese zwölf Möglichkeiten, das waren ja wieder diese ganzen Permutationen. Und wenn wir gesagt haben, dass wir nicht unterscheiden wollen, welche Reihenfolge es gibt. Wenn uns bei diesen Möglichkeiten die Reihenfolge egal ist, dann rechnen wir eben nicht die Permutationen aus, sondern die Kombinationen. Das sind hier also diese sechs großen Blöcke. Das wären diese sechs Kombinationen. Das heißt, ich muss diese zwölf Möglichkeiten noch teilen. Durch die Zahl der Möglichkeiten, hier meine kleine Untergruppe von zwei Elementen verschieden anzuordnen. Und da gibt es genau zwei Möglichkeiten, diese Untergruppe anzuordnen. Ich kann eben eins, zwei oder zwei, eins. Zwei Möglichkeiten habe ich, das anzuordnen. Das heißt, ich muss zwölf durch zwei. Das heißt, es gibt mir wieder sechs Kombinationen. Und diese sechs Kombinationen, das ist das, was ich wirklich unterscheiden möchte, was hier oben in die Berechnung der Wahrscheinlichkeit eingeht. Das heißt, diese sechs Kombinationen, das ist das, was ich hier zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten dann benutzen werde. Ja, und die Berechnung erfolgte genau so wie das, was diese Formel beschreibt, zwei aus vier. Also, das ist genau die Zahl der Zweierkombination aus einer Menge von vier Elementen. Aber dazu gleich noch mehr Beispiele.